Ich weiß nicht, dass ich meine volle Familie ausfahre. Ja, die Sitzheizmann haben. Ja, die Sitzheizmann haben. Was habt Ihr Auto? So ein G-Wagen hier. So ein großes Stein. Also ich glaube schon, das ist ein Arschheizmann in Deutschland. Ja, hier. Ja, hat es geblieben. Ja, hier muss man herunter. Die Sitzheizmann haben eine Vorausstattung. So eine elektrische Garage. Wenn das nur eine Blende wurde, dort die Entseite Garage. So eine elektrische Strecke. Das ist so krass, das klingt an der Fahrt, gell? Ja, wir haben nach dem Vorausstattung. Ja, wir haben vier Stück verkraften. Nach drei Jahren. Ja. 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 Das ist mein Name. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020